Servus, grüß euch im Gasthaus Rabin-Gelzeng. Was machen wir? Schweinshaxen. Weil im Juli und August gibt es am Dienstag ab 18 Uhr frische, knusprige Schweinshaxen. Und jetzt können wir es einmal regieren. So, da tun wir jede Menge Salz. Wichtig. Kümmel, Pulver, den Knoblauch. Schönen Beirat zu. Ein bisschen zu drücken. Wenden, wenden. Das gleiche nochmal. Kümmelpulver. Einen ganzen Kümmel mag nicht jeder. Wir nehmen deswegen Pulver. Ein bisschen zu wenig, noch ein bisschen zu alt. So, ich darf jetzt zwei Stunden so da legen. Brauche ich haxen. Und dann kommen Sie zum Ofen. Dann schauen wir weiter. Gut. Jetzt sind wir eineinhalb Stunden vorbei. Zwar ein bisschen bald, aber wir schieben es rein. Weil heute pressiert es. 150 Grad. Zwei Stunden und dann geben wir Gas für die Krusten. Auf geht's. So, jetzt schauen wir mal. Ah, sehr gut. Knusprig. Passt. Dann können wir anrichten. Tauen wir es nochmal rein. Sehr gut. Säure Wasser. Säure Wasser. Jetzt. So, dann nutzen wir den ersten Haxen-Esser und guten Appetit.